Hallo, ich bin Lena von Bleed. Heute stelle ich euch den Unisex Sympatex Coaster, eine absolute Allround-Jacke mit funktionalem Mehrwert vor, die alle Anforderungen an einen Regenmantel erfüllt und dazu noch super stylisch ist. Der Coaster ist durch die absolute Stoffnachheit von Sympatex eine kreislauffähige, hochfunktionale Jacke. Sympatex als langjähriger Partner entwickelt hier einen Sortenreinen Stoff, der nicht nur 100% recycelt ist, sondern auch noch zu 100% aus recycelten Alltextilien besteht. Das heißt, ein Produkt mit geschlossenem Kreislauf, das durch die langlebige Polyestermembran auch wieder zu 100% recycelt werden kann. Schauen wir uns die Membran genauer an. Sympatex Membranen haben im Gegensatz zu Membranen anderer Hersteller einen großen Vorteil. Sie sind porenlos. Die Membran ist da bei korrekter Pflege sehr langlebig. Die fehlenden Poren sorgen dafür, dass sie nicht durch Waschmittelrückstände oder anderweitige Verschmutzungen, zum Beispiel Cremreste, Schweißrückstände, verstopft werden kann. Ganz im Gegenteil. Ihre maximale Atmungsaktivität erreichen Produkte mit Sympatex Membranen in der Regel nach den ersten ein bis zwei Waschzyklen bei 40 Grad. Die dynamische Atmungsaktivität unserer Membranen, je höher die körperliche Aktivität, desto besser atmet die Membran, ist daher ein Zertifikat für höchste Qualität und Langlebigkeit. Der sehr hochwertige Stoff und die cleane Verarbeitung machen den Mantel zu einem Allround-Talent. Durch das laminierte Futter ist die Jacke super leicht und perfekt für einen Spaziergang im Sommerregen, kann aber ebenso im Winter als Upper Layer über eine Isolationsjacke getragen werden. Für einen perfekten Sitz sorgt das innenliegende Gummiband in der Taille, die weiten verstellbaren Bündchen am Arm und der Zwei-Wege-Qualitätsreißverschluss von YKK. Außerdem hat der Mantel ein super kleines Packmaß. Für uns entwickelt, für dein nächstes Abenteuer.